Am Sonntag, dem 2. Mai, feiern wir den Sonntag Kantate. Singet! Wir werden auch an diesem Sonntag Gottesdienst hier in der Radeberger Kirche halten, leider ohne Gemeindegesang oder Liedern von Solisten oder Sängern. Deshalb haben die Mädchen der Radeberger Kurrente für Sie zwei Lieder aufgenommen. Zuerst hören Sie die Mädchen der 8. und 9. Klasse mit einem Lied von John Rutter, I will singen, ich werde singen zur Ehre Gottes und danach die Kinder der 3. bis 7. Klasse mit einem Lied aus der Seefahrt nach Rio von Heinz Gese auf der Insel Biciwajibu. Viel Vergnügen dabei, Ihnen allen einen gesegneten Sonntag und auf ein Wiedersehen und Wiederhören. Bleiben Sie bemühtet, Ihr Kantor Rainer Fritsch und die Radeberger Kurrente.